Bist du an der Hugo vielleicht auch ein bisschen was auf dem Konto? Das wäre echt geil. Ich kann nicht mehr. Komm in die Hütte rein. Hi, was ist hier? Oh mein Gott, nein, ich bin in die Falle gefallen. Euer Ernst? Also... Also, ich habe mal Besseres gesehen, sagen wir es so. Okay? Bis zum nächsten Mal.